Mein Tipp ist Ö3-0. HSV-Aug Vizeku. S22. Wo geht es? Es ist oben. Ich melde mich hier aus Rudenburg an der Fülle. Ich wusste gar nicht, wo das war. Aber mein Navi hat mich da hingeführt. Ich bin diesmal mit dem Auto. Und an alle Fans des HSV, alles Gute. Wir müssen tapfer sein morgen, Daumen drücken. Und nochmal an meine Pöbler. Da muss ich noch ein Wort sagen. Bleib doch ruhig, Jungs. Warum wollt ihr den HSV raushaben? Aus Bayern München. Dann kommen nur noch 2.000 Leute nach München. Und ihr habt die Gurke gar nicht voll da, der Stadion. Und so kommen 10.000. Seid doch froh. Frag mal Uli Hoeneß, was er will. Ich will nicht viel reden. Hin und her. Wolfsburg ist mal dran. VW ist mal dran. Da haben wir, glaube ich, 2007 gewonnen das letzte Mal. Da hat Petzlisch noch ein Ding gemerkt. Also ich nehme an, dass wir das 2-1 gewinnen. Und wenn nicht, dann haben wir die Relegation immer noch im Nacken. Wir können ja, wir können nicht absteigen. Das muss die Liga sich merken. Wir können es nicht. Mein Typ ist Ö3-0. Aus Frau Vizekum. Die Ö2-2. Wo geht ist es oben? Wir können es nur ensESano Yoshi-Vizekum. Die Ö2-2 Finds auch der Ö3-2-3 mit in KViten. elle manque dazu, wir können es sein wollen. Was du seitens noch LC pandemic-yumze durch dieses Buch so geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017